In Thermix Medical Systems, die Wärmeexperten, wir freuen uns, Ihnen unsere EC-Serie Flüssigkeiten Wärme vorzustellen. Es gibt genügend Beweise, dass Wärmetechnologie im Operationssaal und in der Notaufnahme von Nutzen ist. Was macht die EC-Serie besser? Qualität, Technologie und ganz einfach Leistung. In Thermix Wärmetechnologie benutzt Strahlung, Konvektion und Wärmeleitung, sodass die Temperatur gleichmäßig verteilt wird. Wir haben äußerst gewissenhaft geforscht, sodass wir allen Beschriftungsvorschriften sowie den Empfehlungen der Flüssigkeitsherstellern folgen. Durch unsere rigorosen Untersuchungen sowie unseren anspruchsvollen, technischen Maßstäben hat in Thermix ISO-Zertifikation sowie die CE-Markierung erhalten. Verschiedene Flüssigkeiten benötigen andere Erwärmungspraktiken. Die EC-Serie bietet zwei Möglichkeiten, Infusions- und Spüllösungen. Mit dem Empfehlmix Warm-Ride-Konzept kann die richtige Temperatur für jedes Produkt eingestellt werden. Ein programmierbares, digitales Kontrollsystem besorgt optimale Leistung mit strengen Temperaturtoleranzen, Temperatursicherheitsmaßnahmen und Alarm. Die Temperatur kann entweder für Infusions- oder Spüllösungen eingestellt werden. Weitere Besonderheiten sind ein leicht lesbares LED, ein großes isoliertes Glasfenster und die Lagerfächer lassen sich leicht herausziehen. Durch Warm-Watch hat in Thermix die Temperaturüberwachung auf ein ganz neues Niveau gebracht. Warm-Watch ist arbeitsersparend und gibt Ihnen die Möglichkeit, die genaue Temperatur in der Wärmekammer zu überwachen. Unabhängig von der Temperatursonde, sodass die Temperatur, die Sie eingestellt haben, auch die Temperatur ist, die Sie erhalten. Der aktuelle Temperaturstand wird dauernd überwacht und digitalisch festgehalten, zu Zeitpunkten, die Sie einstellen. Dieses System erschafft ein Archiv, welches die Leistung des Wärmers zur späteren Bezugnahme festhält. Die Information ist leicht erhältlich und kann über ein USB leicht abgerufen werden. Daten werden ganz leicht automatisch geladen. Warm-Watch analysiert die Daten und gibt eine akkurate, umfassende Leistungszusammenfassung, die leicht zu verstehen ist. Die Information, die Sie benötigen, wird dauernd festgehalten, sodass Sie vermeiden können, Flüssigkeiten zu benutzen, die nicht mehr gut sind. Die EC-Serie Flüssigkeitenwärmer mit Warm-Watch. Nur von Enthermix.